Einfach gutes Tennis, das schaue ich gerne. Es ist gleich, wer spielt. Ein guter Match wie vorher, hauptsache gutes Tennis. In einer Nachtülle, ja schon immer. Lieber am Abend auf als morgen. Zum Glück mussten wir Tennis nicht morgen früh spielen. Man war eher auf dem Stream. Ich habe beides gerne. Der Tag ist eher Früchte. Aber als Schweizerin als Süssigkeit muss man schon gießen. Einzel ist man auf sich selbst angewiesen. Und doppelt kann man auch das zweite Mal lachen und Spass haben. Am Schluss habe ich lieber doppelt gespielt, weil es eher öfters lustiger war. Als im Einzelnen bist du halt selber krampft. Ich habe immer einen Hund gehabt. Meine Eltern und meine Mutter haben sich immer keine Lieberhunde. Ich habe natürlich gespielt, aber hauptsächlich einfach gutes Tennis. Das schaue ich gerne. Es ist gleich, wer spielt. Ein guter Match wie vorher. Ein hauptsächlich gutes Tennis. Nummer 1. Es ist mehrere Hlek себе NEGET und cinqangen Hnen. Philippi-food. Köä drafted für Zambert. Bis zum nächsten Mal. Wir machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.